Das Supertalent 2024 17-jähriger Alexander Dogmani hat gewonnen Das Supertalent des Jahres 2024 ist gefunden, der erst 17 Jahre alte Alexander Dogmani aus Sachsen konnte den Sieg für sich entscheiden. Er ist 17 Jahre jung und hat mit seinem Operngesang das Publikum begeistert. Alexander Dogmani, 17, hat die RTL-Show Das Supertalent 2024 gewonnen. Das Finale der 16. Staffel wurde bereits im Dezember aufgezeichnet und nun am Samstagabend, 17. Februar, ausgestrahlt. Das TV-Publikum stimmte über den Sieger ab. Dogmani darf sich über den Titel und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen. Das Supertalent 2024 mit Pukiniarie zum Triumph Im Finale zeigte sich der 17-jährige schüchtern Vor dem Finale bin ich jetzt schon etwas angespannt. Hoffentlich wird das dann auf der Bühne weggehen. Seine Sorge war unbegründet, er sang Giacomo Pukinis Arie o Millionen Babino Caro, souverän, und sicherte sich damit den Sieg. Juror Dieter Bohlen, 70, ahnte das schon, das war einfach super, super toll und mich würde es wundern, wenn du das Ding hier heute nicht reißt. Alexander Dogmani setzte sich gegen die Tanzgruppe Black Widow, zweiter Platz, und die Ramatani Brothers, dritter Platz, durch. Im Gegensatz zu früheren Staffeln stimmten dieses Mal nicht die Fernsehzuschauer, sondern die Zuschauer im Studio ab. Auch nach dem Sieg blieb der 17-Jährige erstaunlich ruhig, schien seinen Triumph noch gar nicht richtig zu realisieren. Er nahm klassischen Gesangsunterricht Wie RTL in einer Pressemitteilung schreibt, wurde das diesjährige Supertalent im sächsischen Altenberg geboren und lebt mit seiner Familie im Erzgebirge. Dort betreibt die Familie ein kleines Hotel. Die Leidenschaft für den klassischen Gesang entdeckte Dogmani früh, seine Mutter meldete ihn zum Gesangsunterricht an. Die große Bühne scheute er bisher aber, vor dem Supertalent trat er lediglich vor Stammgästen des Hotels auf. 2. 13 Millionen Zuschauer beim Finale Die Jury bestand in der 16. Staffel aus Dieter Bohlen, 70, Choreograf Bruce Darnell, 66, Let's Dance-Siegerin Anna Amakova, 23, und Let's Dance-Tänzerin Ekaterina Lionova, 36. Moderiert wurde die Show von Viktoria Swarovski. Redaktion Redaktion Vielen Dank.